herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute habe ich ganz was geiles für euch mein vater lacht sich kaputt da hinten weil er im hintergrund musik an macht eigentlich wollte ich euch den pazifika limited s zeigen und zwar den wir haben aber alternativ auch den pazifika touring ls in weiß das ist der hier den zeige ich später erstmal fangen wir jetzt mit dem geilen pazifika limited s an s package bedeutet alles in schwarz das heißt wir haben das was ihr sonst als chromteile kennt vom pazifika haben wir nicht hier ist alles dunkel und schwarz wir sehen das hier vorne am grill normalerweise haben wir hier ist das eine chromleiste das haben wir nicht das ist alles dunkel das logo ist alles in dunkel lackiert und ihr werdet auch feststellen bei allen anderen applikationen drumherum ist das genauso und auch im innenraum wir haben nichts helles wir haben alles in schwarz das einzig helle was wir haben im innenraum sind so leichte alu applikation das ist hier in allem umrandet das hier in allem umrandet das ist alles sehr edel und hier haben wir das ist kein alu aber das ist hell abgesetzt aber beim s package ist alles schwarz das werdet ihr bei dem ring ls package da hinten auch feststellen klar das auto an sich ist weiß aber alles andere was chrom ist und so was ist alles schwarz aber bleiben wir beim limited der limited an sich ist schon von der ausschaltung sehr gut bei dem haben wir jetzt noch so ein paar knaller highlights wir haben park distance piepser von hinten wir haben kamera vorne hinten wir haben 360 grad kamera wir haben diesen geilen staubsauger den haben wir noch nie gehabt in einem limited aber hier ist er drin und mit dem staubsauger können wir saugen und zwar finden wir den wenn ich die schiebetür fahrer seite aufmacher und klappe den sitz um dann haben wir da hinten den staubsauger und zwar da steht es drauf store und weg weg steht für vakuum auf englisch und dann habe ich hier den schlauch und kann er ist unendlich lang dieser schlauch gefühl da kann ich das ganze auto mit sorgen und wie wir damit saugen das zeige ich euch jetzt ich packe ihn mal wieder ein und breite das mal schön vor bevor wir das machen schauen wir uns aber weiter das auto von außen noch an und zwar was kann denn der limited noch so alles der limited hat ein glas panoramadach das heißt wir haben ich korrigiere wir haben sogar zwei glas dächer und zwar haben wir ein großes vorne und ein kleines hier hinten und zwar haben wir jeder die die klappe die wir aufmachen können und da vorne haben wir das große dach und zwei glasdächer ist schon was feines kann man schon was mit anfangen unterschied da das habe ich in letzten videos beim pazifika touring l gesagt der limited hat die dritte sitzreihe elektrisch ein klapper ich bleibe auch bei der aussage dass ich das manuelle schöner finde oder praktischer finde das ist cool überhaupt keine frage aber wenn ich jetzt in diesen knopf drücke dann dauert das enorm lange dann heißt ich kann jetzt hier aufs do drücken wollen wir da dann klappt sich das ganze ein werden wir dann abgewartet haben und die ganze dritte sitzreihe ist eingeklappt nehme ich euch mal mit auf den beifahrersitz und zeige ich mal von innen wie es so aussieht wir haben hier das große display das heißt das geht von hier einmal rum bei dem pazifika touring l haben die meisten nicht das große display sondern das etwas kleinere was ungefähr so groß ist nur von der funktionalität relativ ähnlich bei diesen ist aber ein us navi mit drin das ist bei den kleineren modellen nicht der fall da die aber apple carplay und android auto haben kann man darüber meistens über google maps fahren ansonsten haben wir hier klassisch volle hütte das dingen hat eigentlich alles was man sich vorstellen kann wir haben die normalen tempomaten wir haben abstandstempomaten wir haben spurwechselassistent sitzheizung lenkradheizung sitz memory usb aux cable habe ich gerade schon gesagt diese scheiß start stoppautomatik darf man nicht laut sagen ich finde die immer schrecklich deswegen ist das immer ein toller knopf hier um die zu deaktivieren store and go system ist generell bekannt brauche ich glaube ich jetzt nicht mehr zusätzlich erklären ja das ding ist einfach genial und ist von der ausstattung das maximum was wir je hatten also wir hatten schon mehrere limited die waren aber nicht so enorm wie der limited s wir haben außerdem ein riesiges digitales kombi instrument und zwar deiner mitte wir haben hier nämlich den tank in digital angezeigt wir haben links die temperatur digital angezeigt da können wir ganz viel mit rumspielen noch und das einstellen ist aber im gegensatz zum touring l etwas größer beim touring l sind die anzeigen temperatur und hier tachostand ach nicht tachostand sag doch mal schnell benzin stand nicht digital sondern sind immer noch manuell in so einer skalenanzeige abgebildet dann zeige ich jetzt mal den spannenden teil und wir saugen eine runde wie gerade schon gezeigt ist der staubsauger hinten drin verschaut in der seite kann jetzt mal ziehen kann mit diesen ellen langen schlauch zu müde führen der knopf zum starten ist direkt dahinter das heißt wenn ich dieses obere teil aus der haltung rausnehmen ist da der an und aus knopf für den staubsauger wir haben auch zusätzliche unten noch ein fach da habe ich zum beispiel noch so einen langen aufsatz zum staubsaugen drin da habe ich noch einen aufsatz mit einer bürste also eigentlich ist das dinge schon mächtig gut ausgestattet für einen on board staubsauger wenn ich jetzt mal an mache dazu muss das auto laufen das ist von der power für die batterie nicht ausreichend wenn wir nur zündung an haben sondern wir müssen das auto an machen kann ich mal mit dem knopf hier starten dann fährt er hoch und dann kann ich damit wirklich saugen der hat schon power also ich finde er hat schon kraft dafür dass das halt ein integrierter staubsauger in einem auto ist wir dürfen nicht vergessen wir sind in einem auto also ihr seid irgendwo in der ballerei unterwegs und habt jetzt gerade mit euren chips auf dem rücksitz gekrümmelt dann müsst ihr nicht mehr bis nach hause fahren sondern ihr könnt einfach während der fahrt das dinge rausnehmen und eure chips krümmel aufsaugen das finde ich total genial also wie gesagt er hat viel power finde ich der filter für den staubsauger ist hinten drin im kofferraum der ist da verstaut den kann man aber ganz einfach über so ein klappmechanismus auch rausnehmen und entweder auswaschen oder auswechseln ich finde das genial geil das war die vorstellung des pazifika limited s ich hoffe ich konnte euch zeigen dass dieses auto extrem viele geile funktionen hat und einfach super viel spaß macht wir haben den da das ist im moment der einzige den wir als limited s da haben weil die s variante nicht so breit vertreten ist wie die normale limited variante aber da steht er und noch ist er da link zum auto findet ihr unten in der video beschreibung und wenn ihr fragen dazu habt dann könnt ihr mich gerne anrufen oder mir gerne schreiben ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs zuschauen bleibt gesund in dieser zeit lasst mir gerne like oder ein abo da oder gerne beides da freue ich mich drüber und jetzt bleibt gesund weiterhin doppelt hält besser danke fürs zuschauen macht's gut